Fünftes Buch Kapitel 1 Zuerst stand Antileo aus Turii auf und sprach »Ich, wenigstens Waffenbrüder, bin endlich von dem beständigen Einpacken, Marschieren, Laufen, Gehen in Reih und Glied, Wachen und Kämpfen erschöpft. Endlich wünsche ich von diesen Beschwerlichkeiten auszuruhen, und da wir doch am Meer sind, die noch übrige Reise zu Schiff zu machen, und ausgestreckt wie Odysseus im Schlaf nach Griechenland zu kommen.« Auf diese Rede äußerten die Soldaten durch lautes Murmeln ihren Beifall. Noch ein anderer gab eben diesen Rat und so alle Anwesenden. Jetzt stand Kirisophus auf und sprach »Soldaten, Anaxibius ist ein Freund von mir, Admiral ist er aber auch gerade. Wollte mich nun an ihn absenden, so hoffe ich mit dreirudrigen Schiffen und anderen Fahrzeugen zu eurer Abfahrt zurückzukommen. Bleibt also, da ihr zu Schiffe abgehen wollt, so lange hier, bis ich wiederkomme. Dies soll aber bald geschehen.« Die Soldaten waren hierüber froh und stimmten für eine baldige Abreise. Nach ihm stand Xenophon auf und sprach »Kirisophus, reise also ab, um Fahrzeuge zu besorgen, wir aber bleiben. Was wir nun, meinem Bedenken nach, während unseres hiesigen Aufenthalts in unserer Lage zu tun haben, will ich jetzt sagen, zu förderst müssen wir uns aus den feindlichen Gegenden mit Lebensmitteln versorgen und haben auch nicht einmal, wenige von uns ausgenommen, Geld zum Einkauf und das Land umher ist feindlich. Wir laufen also Gefahr, viele Leute zu verlieren, wenn wir sorglos und unbehutsam nach Lebensmitteln ausgehen. Wir müssen daher, wie ich glaube, aus kombinierten Streifzügen uns Lebensmittel holen und nicht aufs Geratewohl herumschweifen, damit wir diesem Bedürfnis abhelfen, ohne unser Leben in Gefahr zu setzen. Dies wurde beschlossen. Hört weiter! Die Stärke des Feindes, den sie angreifen wollen, zu erfahren suchen. Man willigte ein. Überlegt auch dies. Die Feinde haben Gelegenheit, Beute von uns zu machen, und zu verdenken ist es ihnen nicht, wenn sie uns nachstellen, denn wir sind im Besitz ihres Eigentums, und ihre Stellung bedroht die unsere. Ich halte es daher für nötig, um das Lager herum Wachen aufzustellen, denn wenn wir abwechselnd wachen und den Feind beobachten, so wird er uns nicht leicht berücken können. Weiter, da wir nicht sicher wissen, ob auch Kirisophus mit einer hinlänglichen Anzahl Fahrzeuge zurückkommen wird, denn in diesem Fall wäre mein Vorschlag überflüssig, so müssen wir uns, meinen Bedenken nach, Mühe geben, auch aus dieser Gegend Schiffe zusammenzubringen. Sind wir nun bei seiner Rückkunft in dieser Hinsicht schon versorgt? Ich sehe hier oft Schiffe vorbeisegeln. Wenn wir uns nun von den Trapezuntien Kriegsschiffe ausbitten und mit diesen so viel Fahrzeuge aufbringen und durch Wegnahme der Steuerruder in Verwahrung halten, bis wir eine hinlängliche Anzahl beisammen haben, so können wir dann auf jeden Fall die Abreise unserem Wunsch gemäß bewerkstelligen. Auch dies erhielt Beifall. Überlegt endlich, ob es nicht billig ist, die Mannschaft der aufgebrachten Schiffe auf gemeine Kosten so lange, als sie unseretwegen warten muss, zu verpflegen und ihr die Überfahrt zu bezahlen, damit sie für ihre uns geleisteten Dienste doch einigen Vorteil hat. Man willigte ein. Wenn es uns aber nicht möglich ist, eine hinlängliche Anzahl Fahrzeuge zusammenzubringen, so müssen wir, meinen Bedenken nach, den Seestätten anbefehlen, die Wege, die der Beschreibung nach sehr schlecht sind, zu verbessern. Sie werden dies tun, teils aus Furcht, teils auch, um unser bald loszuwerden. Die Soldaten verwarfen diese Maßregel mit Geschrei. Da nun Xenophon ihre Unbesonnenheit sah, ließ er zwar hierüber nicht stimmen, aber er vermochte die Seestädte, die Wege freiwillig auszubessern und brauchte dabei den Beweggrund, dass die Griechen umso eher abmarschieren würden, wenn die Straßen gebahnt wären. Die Griechen erhielten von den Trapezuntiern ein Schiff mit 50 Rudern und übertrugen den Oberbefehl darüber, dem aus einer lakadarmonischen Provinzialstadt gebürtigen Dexippus. Allein statt Fahrzeuge aufzubringen, entfloh dieser mit dem Schiff aus dem Pontus. Doch in der Folge erhielt er die verdiente Strafe. Denn da er sich beim Seutes in Trazien unbesonnenerweise in gewisse Händel mischte, verlor er durch den Lakedamonia Nicandros das Leben. Auch erhielten sie ein Schiff von 30 Rudern und übergaben es dem Oberbefehl des Atheniensers Polykrates, der alle Schiffe, die er aufbrachte, der Armee zuführte. Die Waren derselben wurden herausgenommen und zu ihrer Sicherheit Wachen hinzugestellt. Die Schiffe brauchte man zur Fahrt. Währenddem gingen die Griechen auf Beute aus. Manche waren dabei glücklich, andere wieder nicht. Cleanethos, der seine und andere Kompanien in eine gefährliche Gegend geführt hatte, büßte mit vielen seiner Leute das Leben ein. Kapitel 2 Da die Lebensmittel nicht mehr so in der Nähe zu erhalten waren, dass die Soldaten noch am nämlichen Tag zur Armee hätten zurückkehren können, so nahm Xenophon Wegweiser von den Trapezuntiern und führte die Hälfte des Heeres gegen die Driller. Die andere aber ließ er zur Bewachung des Lagers zurück. Denn die Kolcher hatten sich, da sie aus ihren Wohnungen vertrieben waren, in großer Anzahl zusammengezogen und lauerten auf den Bergen. In die Gegenden aber, aus denen man sich leichter mit Lebensmitteln hätte versorgen können, wollten die Trapezuntier nicht hinführen, weil sie mit den Einwohnern in Freundschaft lebten. Zu den Drillern hingegen, der kriegerischen Völkerschaft am Pontus, die eine bergige und unwegsame Gegend bewohnte, zeigten sie sehr gerne im Weg, weil sie von ihnen feindlich behandelt wurden. Als nun die Griechen dieses Bergland erstiegen hatten, steckten die Driller alle Plätze, die sie nicht für haltbar hielten, in Brand und zogen davon. Man fand daher hier nichts als Schweine und Ochsen und einiges anderes Vieh, was dem Feuer entflohen war. In einem Platz aber, der ihre Hauptstadt hieß, hatten sich alle zusammengezogen. Er war mit einem sehr tiefen Hohlweg umgeben und die Zugänge waren schwierig. Die Peltasten, die den Hopliten um fünf oder sechs Stadien vorgeeilt waren, gingen über den Hohlweg und da sie viele Schafe und andere Gegenstände vom Wert erblickten, so griffen sie den Ort an. Auch folgten ihnen viele Lanzenträger, die auf Proviant ausgingen, sodass über 2000 Mann den Hohlweg passierten. Da ihr Angriff aber nicht hinreichte, den Platz zu erobern, denn er war mit einem breiten Graben und einem mit Palisaden und vielen hölzernen Türmen besetzten Ball umzogen, so schickten sie sich schon zum Abzug an, als der Feind sie im Rücken angriff. Bei der Unmöglichkeit also, sich zurückzuziehen, indem man von hier aus den Hohlweg nur einzeln herabsteigen konnte, schickten sie zum Xenophon, der die Hopliten anführte. Der Abgeordnete meldete, der Platz, vor dem sie ständen, sei mit vielen Gütern angefüllt. Allein sie könnten ihn, weil er fest sei, nicht einnehmen. Ebenso wenig aber könnten sie sich zurückziehen, denn der Feind beunruhigte den an und für sich schon schwierigen Rückzug durch Ausfälle. Aus dieser Nachricht rückte Xenophon einen Hohlweg, ließ die Hopliten halten und ging mit den Hauptleuten hinüber, um zu sehen, ob es ratsamer sei, die vorgerückten Truppen wieder herüberzuführen oder, im Vertrauen auf die Eroberung, auch die Hopliten nachrücken zu lassen. Der Rückzug schien nicht ohne großen Verlust bewerkstelligt werden zu können. Die Einnahme des Orts hingegen hielten die Hauptleute für möglich und Xenophon stimmte ihnen in Vertrauen auf die Opfer bei. Denn die Opferpriester hatten ein Gefecht angekündigt, das einen glücklichen Ausgang nehmen würde. Er schickte also die Hauptleute ab, um die Hopliten herüberzuholen, ließ die Pelltasten sich zurückziehen und untersagte ihnen, auf den Feind zu werfen oder zu schießen. Als die Hopliten ankamen, forderte Xenophon die Hauptleute auf, jeder von ihnen möchte seine Kompanien eine Fassung setzen, bei der er sich von ihrer Bravour das meiste verspreche. Denn die Hauptleute, welche die ganze Zeit über um den Preis der Tapferkeit wetteiferten, standen einander nahe. Es geschah. Hierauf gab er den Befehl, die Pelltasten sollten sämtlich die Hand am Riemen des Wurfspießes vorrücken und auf das gegebene Zeichen sogleich abwerfen. Die Bogenschützen sollten den Pfeil auf die Sehne legen, um aufs Kommando zum Schluss fertig zu sein. Die Gymneten sollten ihre Taschen mit Steinen gefüllt haben und zugleich schickte er taugliche Personen ab, um diese Befehle bekannt zu machen. Nachdem nun alles angeordnet war, die Hauptleute, die Unterhauptleute und die sich ihnen gleichschätzten, sich wegen der Beschaffenheit des Orts, die nur eine einförmige Stellung zuließ, nebeneinander geordnet hatten, so dass eine den anderen beobachten konnte, so wurde dieser Päran angestimmt. Die Trompete erklang, zugleich riefen die Soldaten zum Kriegsgott ihr Gebet, die Hobliten drangen im vollen Lauf vorwärts und miteinander flogen Pfeile, Wurfspieße und Steine, teils mit Schleudern, größtenteils auch mit bloßen Händen geworfen. Ja, manche eilten auch mit Feuer heran. Von der Menge der Geschosse zog sich der Feind aus den Verschanzungen und Türmen hinaus. Des Dymphalia Agassias und Philoxenus von Pelene legten deshalb die Waffen ab und stiegen in der bloßen Kleidung hinan, eine halb dem anderen hinauf und mancher war schon oben, so dass der Platz dem Ansehen nacherobert war. Auch die Peltasten und leichten Truppen drangen hinein und plünderten jeder aufs Beste. Xenophon aber stellte sich ans Tor und hinderte so viel als möglich das Eindringen der Hobliten. Denn auf einigen befestigten Anhöhen ließen sich andere Feinde sehen. Nach einer kleinen Weile entstand ihnen ein Geschrei. Manche flohen mit dem, was sie erbeutet hatten, andere aber auch mit Wunden zurück und das Gedränge an dem Tor war groß. Man vernahm von den Herausstürzenden, inwendig sei eine Burg, der Feind habe in zahlreicher Menge einen Ausfall getan und schlage die Truppen in der Stadt. Da befahl Xenophon, dem Herold Ptolemides auszurufen, jeder, der Beute zu machen wünsche, könne hineingehen. Nun eilte eine große Menge in die Stadt, riss die Fliehenden mit sich fort und der Feind wurde wieder auf seine Festung beschränkt. Außerhalb derselben machten die Griechen in allen übrigen Teilen des Orts Beute und brachten sie heraus. Die Hobliten aber stellten sich teils auf dem Wall, teils auf der Straße, die auf die Burg führte, in Schlachtordnung. Xenophon aber untersuchte mit den Hauptleuten, ob es möglich wäre, die Burg zu erobern. Denn dann war der Rückzug gesichert, sonst aber äußerst schwierig. Allein bei näherer Besichtigung fanden sie, dass der Platz schlechterdings unbezwinglich war. Sie machten sich nun zum Abzug fertig, rissen die eben zunächst stehenden Palisaden nieder und schickten die zum Tross gehörigen Leute mit dem größten Teil der Hobliten auf Plünderung aus. Diejenigen Soldaten aber, auf welche ihre Hauptleute das meiste Zutrauen setzten, wurden zurückbehalten. Als nun der Rückzug begann, machte der Feind, bewaffnet mit Flechtschilden, Lanzen, Beinschienen und paphlagonischen Helmen in zahlreicher Menge einen Ausfall auf sie. Andere stiegen auf die Häuser, die auf beiden Seiten der auf die Burg führenden Straße standen. Es war daher auch gefährlich, sie zu den auf die Burg führenden Toren zu verfolgen. Denn sie wälzten große Balken herunter, wodurch man auf jeden Fall, man mochte bleiben oder gehen, in eine üble Lage kam, die durch die anrückende Nacht noch verschlimmert wurde. In der Verlegenheit dieses Kampfes gab ihnen eine Gottheit ein Rettungsmittel in die Hand. Auf einmal nämlich loderte rechts, von irgendjemandem angezündet, ein Haus auf und als es einstürzte, flohen die Feinde von den rechtsliegenden Häusern. Xenophon, durch diesen Zufall belehrt, gab sogleich Befehl, auch die Häuser zur linken Seite in Brand zu stecken. Da sie vom Holz erbaut schnell in Flammen gerieten, so flüchteten sich die Feinde auch hier. Die Griechen hatten also nur noch mit denen zu tun, die ihnen gegenüberstanden, und der Augenschein lehrte, dass diese ihnen auf dem Rückzug aus der Stadt und über den Hohlweg in den Rücken fallen würden. Xenophon ließ daher die Soldaten, die außer dem Schuss standen, auf dem Platz, der sie von dem Feinden trennte, Holz zusammentragen und als genug beisammen war, anzünden. Auch wurde, um die Feinde aufzuhalten, die zunächst an dem Wall stehenden Häuser in Brand gesteckt. Und so gelang es ihnen endlich mit Mühe, durch das dem Feind entgegengestellte Hindernis des Feuers, sich von diesem Platz zurückzuziehen. Die ganze Stadt mit ihren Häusern, Türmen und Brustwehr, kurz alles, nur die Burg ausgenommen, brannte nieder. Am folgenden Tag traten die Griechen mit Lebensmittel versehen ihren Rückmarsch an. Der Weg nach Trapezunt hinab flößte den Griechen, weil er jäh und schmähl war, Besorgnis ein. Sie suchten daher durch einen scheinbaren Hinterhalt, den Feind zu täuschen. Ein gewisser Mysius nämlich, aus Mysien auch gebürtig, nahm vier oder fünf Kreter zu sich, blieb in einem Gehölz zurück und gab sich das Ansehen, als suchte er sich vor dem Feind verborgen zu halten. Allein ihre ehrenen Schilde leuchteten hier und da durchs Gebüsch, und die Feinde, die den Schimmer wahrnahmen, befürchteten einen Hinterhalt. Unterdessen zog die Armee hinab, und als Mysius sie schon weit genug entfernt glaubte, gab er das Zeichen zur schleunigsten Flucht, die er nun mit den Seinigen ergriff. Die Kreter, aus Furcht eingeholt und gefangen zu werden, flüchteten sich seitwärts vom Weg in den Wald, rollten sich an den Berglehnen hinunter und kamen glücklich davon. Mysius floh auf dem Weg fort und schrie nach Hilfe. Mein eilte herbei und nahm ihn verwundert auf. Seine Helfer zogen sich, da auf sie geschossen war, nebst einigen Kretern, welche die Pfeilschüsse des Feindes erwiderten, zurück. So kamen sie alle lebendig im Lager an. Kapitel 3 Kirisophus kam nicht. Fahrzeuge hatte man nicht in hinlänglicher Anzahl und Lebensmittel waren auch nicht mehr zu bekommen. Es wurde daher der Abmarsch beschlossen. Die Kranken, die über Vierziger, die Knaben und Weiber und alle Gerätschaften, die man entbehren konnte, wurden eingeschifft und die zwei ältesten Anführer, Philesius und Sofenetus, gingen als hierzu verordnete Aufseher mit zu Schiffe. Die übrigen aber traten den Marsch an. Die Wege waren gebahnt und sie erreichten nach einem dreitägigen Marsch Kerasus, eine griechische, am Meer gelegene Stadt und Kolonie von Sinope im kolchischen Gebiet. Hier blieben sie zehn Tage. Die Armee wurde gemustert und gezählt und sie betrug 8600 Mann. Dies war der Überrest. Die anderen waren durch das Schwert der Feinde, durch den Schnee und manche auch durch Krankheit hingerafft worden. Hier teilten sie auch das aus dem Verkauf der Gefangenen gelöste Geld und von dem für Apoll und ihr phesische Artemis bestimmten Zehnten nahm jeder Heerführer einen Teil für diese Gottheiten in Verwahrung. Für den Chirisophus nahm Neon von Asine einen Anteil in Empfang. Als Xenophon in der Folge das Weihgeschenk für den Apoll hatte verfertigen lassen, legte er es in den atheniensischen Schatz zu Delphi nieder, nachdem er es mit seinem und dem Namen jenes Proxenus, der mit dem Klearch gefallen war, bezeichnet hatte. Denn Proxenus war sein Gastfreund gewesen. Aber den Anteil der ephesischen Artemis ließ er damals, als er mit dem Agesilaus aus Asien nach Pöthien marschierte, bewogen durch die Vermutung, auf dem Zug mit Agesilaus eine Schlacht beiwohnen zu müssen, die auch nachher bei Koronee vorfiel, bei Megabytzus, Tempelaufseher der Artemis zurück, mit dem Auftrag, ihm, wenn er am Leben bliebe, das Gold wieder zuzustellen, im entgegengesetzten Fall aber der Artemis ein Weihgeschenk verfertigen zu lassen, was ihr, seiner Meinung nach, am wohlgefälligsten wäre. Als Xenophon nachher, aus seinem Vaterland verwiesen, schon in Skillus, einem von den Lacedaemoniern bei Olympia erbauten Ort lebte, kam Megabytzus nach Olympia, um die Spiele zu sehen und gab ihm das anvertraute Geld zurück. Xenophon kaufte dafür der Göttin, der Ortsbestimmung des Orakels gemäß, ein Stück Landes, das vom Selinus durchströmt wird. Der Fluss, der bei Ephesos am Tempel der Artemis vorbeifließt, führt auch diesen Namen. In beiden gibt es Fische und Muscheln, aber die Gegend am Skillus lieferte auch noch alle Arten von Wild. Auch errichtete er der Göttin von dem geheiligten Geld einen Tempel und Altar und widmete er endlich den Zehnten von den Erzeugnissen der Landschaft zum beständigen Opfer. Alle Bürger und Nachbarn beiderlei Geschlechts nahmen an diesem Fest teil und die Gäste wurden auf Kosten der Göttin mit Mehl, Brot, Wein, Nachtisch und einem Anteil von dem Opfervieh, was die Geweihte trifft und dem Wild, was der Frost liefert, versorgt. Nämlich Xenophons und der anderen Bürger Söhne und mit ihnen auch Männer, welche Lust dazu hatten, stellten für dieses Fest teils auf dem Heiligen Gebiet selbst, teils auf dem Vorlögebirge eine Jagd an, welche Schweine, Rehe und Hirsche einbrachte. Das Weihgebiet ist von dem Tempel des Zeus zu Olympia gegen die Seite hin, wo man aus Lakonien nach Olympia reist, an 20 Stadien entfernt und fasst Heine und wohlbedeckte Berge in sich, die Schweine, Ziegen, Schafen und Pferden Nahrung gewähren und auch für das Zugfieh der Fremden, die zum Fest kommen, hinreichend Weide liefert. Den Tempel selbst umgibt ein Wald von Fruchtbäumen, die jedes Obst liefern, das bei gehöriger Reife frisch genossen werden kann. Der Tempel ist dem Kleinen, dem Ephesischen ähnlich und auch das aus Zypressenholz verfertigte Standbild gleicht dem Goldenen zu Ephesus. Eine Säule, die am Tempel steht, enthält folgende Inschrift. Das der Artemis heilige Gebiet. Der jedesmalige Besitzer und Nutznießer weihe ihr jährlich den Zehnten und erhalte von dem übrigen den Tempel im guten Stande. Tut jemand dies nicht, so wird es die Göttin ahnden. Kapitel 4 Von Kerasus setzten diejenigen, die schon vorher gefahren waren, ihre Reise zur See, die anderen zu Lande fort. An den Grenzen der Mosinöken schickten sie den Timesitois aus Trapetzund zu diesem Volk, dessen Gastfreund er war, mit der Anfrage, ob sie durch das Mosinökische Gebiet als Freunde oder Feinde ziehen sollten. Das sei ihnen gleichgültig, erwiderten sie, denn sie verließen sich auf ihre festen Plätze. Timesitois erzählte hierauf, dass die weiterhin wohnenden Mosinöken mit diesem in Feindschaft lebten. Man beschloss also, jene zu einem Bündnis einzuladen. Timesitois, welcher geschickt wurde, brachte die Anführer derselben mit. Die griechischen Feldherren gingen zu ihnen und Xenophon, dessen Rede Timesitois übersetzte, sprach zu ihnen, Müsinöken, wir wünschen, nach Griechenland zu gelangen, und zwar, da wir keine Schiffe haben, zu Lande. Dieses Volk nun, das, wie wir hören, euer Feind ist, hindert uns daran. Wenn ihr nun wollt, so könnt ihr an uns Bundesgenossen haben, alles von jenen euch zugefügte Unrecht zu rächen und endlich sie selbst euch unterwürfig zu machen. Verschmäht ihr aber unseren Antrag, so mögt ihr zusehen, woher euch wieder eine solche Kriegsmacht zu Hilfe kommen wird. Der Oberste der Müsinöken äußerte hier auf, wir wünschen dasselbe und sind bereit, das Bündnis zu schließen. Wohlan nun, fuhr Xenophon fort, worin verlangt ihr unsere Hilfe, wenn wir eure Bundesgenossen sind, und was werdet ihr uns, um unseren Marsch zu befördern, leisten können? Wir sind stark genug, erwiderten sie, von der anderen Seite in das Gebiet eurer und unserer Feinde einzufallen, und auch Schiffe und Leute herzusenden, die an eurer Seite kämpfen und euch dem Weg zeigen werden. Nachdem dieser Vertrag gegenseitig beschworen war, gingen sie ab und kamen am folgenden Tag mit 300 einstämmigen Kähnen wieder. In jedem Kahn saßen drei Mann, je zwei davon stiegen aus und stellten sich in Reih und Glied, und der dritte blieb zurück. Diese letzteren fuhren mit den Fahrzeugen ab. Die ersten aber stellten sich auf folgende Art in Schlachtordnung. Sie traten in Haufen von ungefähr 100 Mann zusammen, so, dass sie gleich den Chören einander gegenüberstanden. Alle führten Flechtschilde, die mit weißhaarigen Ochsenhäuten überzogen waren und die Form eines Efeublattes hatten. In der rechten hielten sie einen sechsselligen Spieß, der vorn in einer Spitze auslief, hinten aber am Schaft kugelförmig gerundet war. Über den Knien trugen sie Unterkleider, so dick wie die leinenen Mantelsäcke. Ihren Kopf deckte ein lederner Helm, gleich dem Pavlagonischen, aus dessen Mitte ein der Tiara sehr ähnlicher Haarwulst hervorragte. Auch führten sie eiserne, helle Barten. Hierauf begannen alle unter dem Vorgang eines Anführers zu singen und nach dem Takt zu marschieren. Sie zogen sich durch die Reihen des schweren Fußvolks der Griechen durch und gingen gerade auf den Feind gegen die Festung, die am leichtesten einzunehmen schien, los. Das Werk lag vor der Stadt, die sie ihre Hauptstadt nannten, in derselben aber war die höchste Festung der Mosinöken, die eben die Ursache ihres inneren Krieges war. Denn die jedesmaligen Besitzer derselben hielten sich für die Gebieter aller Mosinöken. Die damaligen Gewalthaber nun besaßen sie, wie die Mosinöken versicherten, mit Unrecht und maßten sich eines Gemeingutes zur Unterdrückung der anderen an. An sie schlossen sich, bloß um Beute zu machen, nicht auf Befehl der Feldherren auch einige Griechen an. Bei dem Vorrücken derselben verhielten die Feinde sich anfangs ruhig. Als jene aber der Festung nahe waren, so machten sie einen Ausfall, schlugen sie in die Flucht und hieben Mosinöken oder auch einige der mit ihnen verbundenen Griechen nieder. Ihre Verfolgung setzten sie weiter fort, bis sie griechische Hilfstruppen anrücken sahen. Dann kehrten sie um, schnitten den Gebliebenen die Köpfe ab und zeigten sie den Griechen und ihren Feinden, wobei sie zugleich nach einem gewissen Takt tanzten und sangen. Die Griechen waren sehr aufgebracht, dass man dem Feind Veranlassung gegeben hatte, noch kühner zu werden und dass die mit dem Mosinöken verbundenen Griechen ungeachtet ihrer starken Anzahl zugleich mit ihnen geflohen waren. So etwas hatten sie in dem ganzen Kriegszug noch nicht getan. Xenophon ließ deshalb die Griechen zusammenkommen und sagte Soldaten, lasst euch diesen Vorfall nicht kleinmütig machen, denn er ist ungeachtet seines Nachteils auf der anderen Seite nicht minder vorteilhaft für uns. Zuerst gewährte er euch die Überzeugung, dass unsere künftigen Wegweiser wirklich Feinde jener Mosinöken sind, gegen die auch wir feindlich verfahren müssen. Dann haben diejenigen Griechen, die mit Vernachlässigung unserer Taktik sich einbilden, in Verbindung mit nicht-griechischen Truppen ebenso viel als auf unserer Seite ausrichten zu können, die verdiente Strafe erlitten, so dass sie wohl nicht leicht wieder unsere Stellungsart verlassen werden. Allein nun ist es eure Pflicht, den mit uns verbündeten Mosinöken eure Vorzüge zu bewähren und den Feinden es augenscheinlich zu machen, dass sie jetzt mit ganz anderen Männern fechten als zuvor, da sie es mit ungeordneten Truppen zu tun hatten. Diesen Tag über verhielten sie sich ruhig. Am folgenden Tag aber, nachdem das Opfer, welches einen glücklichen Ausgang versprach, vollbracht und die Mahlzeit geendigt war, stellten sie sich in Kolonnen, postierten die Mosinöken ebenso auf den linken Flügel und nahmen die Bogenschützen in die Zwischenräume der Kolonnen, doch so, dass sie darin von der Front der Hopliten noch etwas rückwärts standen. Nämlich unter den Feinden waren leichte Truppen, welche hervorliefen und mit Schleudern Anfälle machten. Diesen nun taten die Bogenschützen und Peltasten Einhalt, die anderen aber marschierten langsam vorwärts und zwar zuerst gegen die Burg, wo die Mosinöken und ihre Bundesgenossen den Tag zuvor waren geschlagen worden. Denn hier standen die Feinde in Schlachtordnung. Den Angriffen der Peltasten hielten die Feinde aus, ohne zu weichen. Als aber die Hopliten nahe waren, nahmen sie die Flucht. Die Peltasten setzten ihnen sogleich nach und verfolgten sie aufwärts bis an die Hauptstadt. Die Hopliten aber rückten in geschlossener Ordnung nach. Oben an den Häusern der Hauptstadt empfingen die Feinde, die daselbst alle zusammengezogen hatten, sie mit Wurfspießen und mit Lanzen von solcher Dicke und Länge, das ein Mann daran zu tragen hatte, und mit diesen suchten sie ihren Gegnern in der Nähe zurückzutreiben. Als aber die Griechen nicht wichen, sondern auf sie eindrangen, so nahmen sie die Flucht und nun verließen alle zusammen die Stadt. Aber ihr König, der in einem hölzernen Turm wohnte, wo selbst er, ohne sich daraus entfernen zu dürfen, auf öffentliche Kosten unterhalten wurde, wollte so wenig, wie die Besatzung jenes zuerst eroberten Forz heraus. Sie wurden also daselbst zugleich mit ihren Schlössern verbrannt. Die Griechen plünderten die Stadt und fanden in den Häusern Vorräte von Bruten, die, wie die Mosinöken sagten, nach Sitte der Vorfahrt seit vorigem Jahr aufgeschüttet waren, nebst diesjährigem Getreide, das noch in den Halmen lag und größtenteils aus Spelt bestand. Auch fanden sie Nöken, wie die Griechen ihres Öls bedienten. In den oberen Stockwerken gab es eine Menge platter Nüsse ohne Spalt, deren sie sich häufig zur Speise bedienten, indem sie sie kochten und Brot daraus buken. Der Wein, den man hier fand, schmeckte unvermischt herbe und sauer, vermischt aber, war er für Geruch und Geschmack angenehm. Nachdem die Griechen hier gegessen hatten, marschierten sie weiter und übergaben den Platz dem mit ihnen verbündeten Mosinöken. Von den anderen feindlichen Städten, auf die der Marsch führte, wurden die unhaltbarsten von den Einwohnern entweder verlassen oder freiwillig übergeben. Die meisten Plätze waren von dieser Beschaffenheit. Sie standen voneinander, einige mehr, andere weniger, 80 Stadien weit ab, und ihrem wechselseitigen Zuruf konnten sie von einer Stadt zur anderen vernehmen. So hoch und voller Klüfte war die Landschaft. Als sie in das Gebiet ihrer Bundesgenossen kamen, zeigten ihnen diese gemästeten Kinder, die reichen Eltern angehörten und mit gekochten Kastanien gefüttert, sehr zart und weiß und beinahe ebenso dick als lang waren. Der Rücken war bunt bemalt und der Vorderleib ganz mit Blumen tätowiert. Mit den Weibspersonen, welche die Griechen bei sich führten, wollten sie sich hier vor alle Augen begatten. Denn das war so bei ihnen Sitte. Alle Männer und Weiber waren weiß. Diese Völkerschaft wurde von allen, die dem Kriegszug beigewohnt hatten, für die ungebildetste und dem griechischen Charakter unähnlichste unter allen, durch deren Gebiet man gekommen war, erklärt. Denn was Menschen gewöhnlich nur dann, wenn sie allein sind, vornehmen, taten sie vor allen Leuten. Und waren sie allein, so handelten sie ebenso, als wären sie in Gesellschaft. Denn sie sprachen mit sich selbst, lachten für sich, und wo sie zufällig standen, tanzten sie, gleichsam, als wollten sie sich vor anderen zeigen. Kapitel 5 Dieses Land, sowohl den feindlichen als auch verbindeten Teil, durchzogen die Griechen in acht Märschen und kamen zu den Kalüben. Diese kleine, dem Mosinöken unterwürfige Völkerschaft lebt meist von der Arbeit in den Eisenbergwerken. Von ihr kamen sie zu den Tibarenen. Das Land derselben war viel flacher, und ihre Schlösser, die am Meer lagen, waren minder befestigt. Die Heerführer wollten diese angreifen, um der Armee einige Vorteile zu verschaffen. Sie nahmen daher die Gastgeschenke, die ihnen die Tibarenen schickten, nicht an, sondern hießen sie bis nach beendigter Beratschlagung warten und opferten dann. Nach vielen Opfern taten endlich alle Seher den Ausspruch, den Göttern missfiele der Krieg gänzlich. Jetzt nahmen sie die Geschenke an, und nach einem zweitägigen Marsch Marsch durch dieses Land, wo sie sich friedlich betrugen, erreichten sie Kotiora, eine griechische Stadt und Kolonie von Sinope, die im tibarenischen Gebiet liegt. Bis hierher hatte die Armee einen Weg zu Fuß gemacht, der in 122 Märschen, 620 Parasangen oder 18.600 Stadien betrug und in acht Monaten geendigt wurde. Die Griechen blieben hier 45 Tage. Während einzelnen Völkerschaften geordnet, Triumphaufzüge und gymnische Spiele an. Die Lebensmittel nahmen sie teils aus Paflagonien, teils aus dem Gebiet von Kotiora. Denn die hiesigen Einwohner brachten keine Lebensmittel zum Verkauf und wollten auch die Kranken nicht in die Stadt aufnehmen. Unterdessen kamen Abgeordnete von Sinope, wo selbst man für die Stadt Kotiora, die von Jena abhing und ihr Tribut lieferte und für ihr Gebiet, dessen Plünderung man erfahren hatte, besorgt war. Nach ihrer Ankunft im Lager hielt Hekatonimus, der für einen starken Redner galt, an der Spitze der Gesandtschaft folgenden Vortrag. Kriegsmänner, die Stadt Sinope hat uns abgesendet, um euch ihrem Beifall zu bezeugen, dass ihr geborene Griechen Barbaren besiegt habt und um euch ihre Teilnahme zu versichern, dass ihr aus so vielen und, wie wir gehört haben, gefahrvollen Unternehmungen selbstgeborene Griechen glauben wir nun, von euch Griechen vielmehr freundschaftliche als feindselige Behandlung erwarten zu dürfen, besonders, da wir euch nie eine Beleidigung zufügten. Dieses Kotiora nun ist unsere Pflanzstadt und wir haben ihr diese Landschaft, die wir den Barbaren Abnahmen übergeben. Weshalb sie uns auch, wie Kerasus und Trapezunt bestimmte Abgaben entrichten. Jede Feindseligkeit also, die ihr gegen diese verüben möchtet, nimmt der Staat von Sinope so auf, als wäre sie ihm selbst widerfahren. Gleichwohl haben wir vernommen, dass ihr mit Gewalt in die Stadt eingedrungen seid, um für einen Teil eurer Leute Quartier zu nehmen und dass ihr ohne gütliche Übereinkunft von dem Land alle eurer Bedürfnisse bezieht. Dies halten wir für unbillig und wenn ihr dies betragen fortsetzt, so sind wir genötigt, uns mit Korülas und den Pavlagonien auf und sprach im Namen des Heeres Sinopenser wir müssen froh sein, dass wir nur mit Erhaltung unseres Lebens und unserer Waffen hier angekommen sind, denn viele Beute mitzuführen und zugleich gegen die Feinde zu kämpfen ließ sich nicht vereinigen. Als wir die griechischen Städte erreichten, bezahlten wir bei Trepezund, weil man uns da selbst eine Markt anbies, unsere Bedürfnisse Bar. Auch für die Achtung, die sie uns durch Absendung von Gastgeschenken an die Armee erzeigten, erwiesen wir ihnen gegenseitige Freundschaft. Wir schonten zum Beispiel die Barbaren, mit denen sie in gutem Verhältnis standen und ihren Feinden, gegen die sie uns selbst anführten, taten wir den möglichsten Abbruch. Fragt sie, wie wir uns gegen sie betrugen. Denn es sind einige hier, die uns die Stadt als Wegweiser mitgab. Kommen wir aber an einen Ort, er sei griechisch oder nicht, wo man uns keine Lebensmittel zulässt, dann nehmen wir sie nicht aus Übermut, sondern weil wir müssen. Die Kaduchen, Chaldea und Tachen, Völker, die, wenngleich keine Untertanen des Königs, dennoch furchtbar genug sind, mussten wir uns zu Feinden machen, weil uns die Not Zwang, die Lebensmittel, die sie uns nicht zum Verkauf brachten, mit Gewalt zu nehmen. Die Makronen hingegen, die doch auch Barbaren sind, behandelten wir als Freunde und nahmen nichts von dem ihrigen gewaltsam, weil sie uns Lebensmittel, so gut sie sie hatten, für Bezahlung überließen. Die Kotiuriten aber, die wie ihr sagt zu euch gehören, sind selbst schuld, wenn wir ihnen etwas genommen haben. Denn sie haben uns gar nicht als Freunde behandelt, sondern uns durch Zuschließung der Tore die Aufnahme versagt, ohne uns außerhalb einem Markt anzuweisen. Was ihrer Versicherung nach auf Befehl eures hiesigen Stadthalters geschehen ist? Was den Punkt der gewaltsamen Einquartierung betrifft, so haben wir zuvor gebeten, unsere Kranken unter Dach zu nehmen. Als sie aber die Tore nicht öffneten, so drangen wir an der Seite, wo sie uns die Aufnahme verweigerten, in den Ort, ohne weitere Gewalttätigkeiten vorzunehmen. In den Quartieren zehren die Kranken für ihr Geld, und die Tore haben wir besetzt, um jene nicht in der Gewalt eures Stadthalters zu lassen, sondern sie nach Gefallen mit fortnehmen zu können. Wir anderen lagern, wie du siehst, euch, wenn ihr es für gut befindet, mit Coryllas und den Pavlagonien gegen uns zu verbinden, so wollen wir es nötigenfalls auch wohl mit beiden Teilen aufnehmen. Denn wir haben uns schon mit anderen weit zahlreicheren Feinden als ihr sein würdet geschlagen und gefällt es uns, so können wir uns auch wohl selbst dem Pavlagonischen Fürsten zum Freund machen, denn wie wir hören, wünscht er eure Stadt und die See Plätze zu besitzen. Wir wollen also suchen, ihn durch Begünstigung seiner Pläne für uns zu gewinnen. Hierauf gaben die übrigen Gesandten ihren Unwillen über die Äußerung des Hekatonymus sehr deutlich zu erkennen. Ein anderer unter ihnen trat hervor und sagte, wir sind nicht gekommen, um Krieg zu stiften, sondern euch unserer Freundschaft zu versichern. Wenn ihr nach Sinope kommt, so wird man euch mit gastlichen Geschenken empfangen. Unterdessen aber werden wir den hiesigen Einwohnern Befehl geben, euch mit allem, was in ihrem Vermögen steht, zu unterstützen. Denn wir sehen, dass alles so ist, wie ihr sagt. Jetzt sendeten die Kotiriten Gastgeschenke und die griechischen Heerführer bewirteten die Gesandten von Sinope. Unter vielen Unterkundigungen ein und besprachen sich mit den Gesandten über ihr beiderseitiges Interesse. Hiermit beschloss man den Tag. Kapitel 6 Am folgenden Tag versammelten die Feldherren das Heer und beschlossen über den rückständigen Teil der Heimreise mit Zuziehung der Sinopenser zu Beratschlagen. Denn bestimmte man die Reise zu Lande, so schien es vorteilhaft Wegweiser von Sinope zu haben, da ihnen Pavlagonien bekannt war. Bestimmte man die Reise zur See, so hielt man die Hilfe der Sinopenser für notwendig, weil sie allein imstande wären, die Armee mit einer hinlänglichen Anzahl Fahrzeuge zu versorgen. Die Gesandten wurden also zur Versammlung berufen und ersucht, sie möchten die gute Aufnahme ihrer griechischen Landsleute damit beginnen, dass sie ihnen ihr Wohlwollen schenkten und sie mit ihrem besten Rat unterstützten. Hekatonimus stand nun auf und entschuldigte zuerst das, was er über eine mögliche Vereinigung mit dem Pavlagonischen Fürsten gesagt hatte, womit er nicht habe sagen wollen, dass sie die Griechen bekriegen würden, sondern dass sie ungeachtet der Gelegenheit, sich mit den Barbaren zu verbinden, die Freundschaft der Griechen vorzügen. Dann, als man ihn aufforderte, seine Meinung zu sagen, begann er nach einem vorangeschickten Gebet. Wenn ich euch so rate, wie es nach meiner Überzeugung am besten ist, so fordere ich die Götter zum Segen für mich, wo nicht, zur Strafe gegen mich auf. Denn wir sind hier versammelt, um gemeinschaftlich Rat zu halten, also in einer Angelegenheit, die allgemein für etwas Ehrwürdiges erkannt wird. Dann habe er ich auch jetzt, je nachdem meine Vorschläge für nützlich oder schädlich erkannt werden, von vielen unter euch entweder Beifall oder Verwünschung zu erwarten. Es ist mir freilich bekannt, dass die Schwierigkeiten für uns viel größer sind, wenn ihr die Reise zu See macht, denn wir werden dazu die Schiffe liefern müssen. Dass hingegen die Landreise euch in Verlegenheit setzt, indem sie euch zu Fechten zwingt. Gleichwohl will ich nach meiner Überzeugung sprechen, denn ich kenne das Land der Pavlagonia und ihre Macht. In jenem findet man beides, die schönsten Ebenen und die höchsten Berge. Zuvörderst kenne ich den Ort, wo ihr euren Einmarsch bewerkstelligen müsst, nämlich nur da, wo sich die Straße zwischen zwei hohen Spitzen des Gebirges würden alle Menschen miteinander nicht im Stande sein, durch zu kommen. Davon kann ich euch durch den Augenschein überzeugen, wenn ihr jemanden mit mir dahin abschicken wollt. Dann kenne ich auch ihre Ebenen und ihre Reitermacht, die von den Barbaren selbst der ganzen Reiterei des Königs vorgezogen wird. Erst ganz kürzlich haben sie dem Befehl des Königs, der sie zu sich berief, ihnen in der Besetzung zuvorkommt, dass ihr auch auf der Ebene ihre Macht zu Pferde und zu Fuß, d.h. mehr als 120.000 Mann besiegt, so kommt ihr dann zu den Flüssen. Zuerst nämlich zu dem drei plätren breiten Thermodon, wo der Übergang sehr schwierig sein dürfte, zumal, wenn ein zahlreicher Feind vor der Front und im Rücken steht. Zweitens zum Iris, Dessen Breite auch drei Plätren beträgt. Drittens zum Halis, nicht weniger als zwei Stadien breit, über welchen zu setzen also ohne Fahrzeuge nicht leicht möglich ist. Wer aber wird euch diese verschaffen? Ebenso ist der Parthenius, zu dem ihr hinter dem Halis kommt, nicht zu passieren. Ich glaube daher, dass die Reise zu Land für euch nicht nur schwierig, sondern schlechterdings unmöglich ist. erfahren, von Heraklea aus hat die Reise sowohl zu Lande als zu See, denn es gibt in Heraklea Schiffe genug, keine weitere Schwierigkeit. Diese Rede erregte bei einigen den Artwohn, dass er nur aus Freundschaft für Korülas, dessen Gastfreund er war, so spräche. Bei anderen sogar, dass er sich für diesen Ratschum würde bezahlen lassen. Bei noch anderen er suche nur zu verhindern, dass durch die Landreise das Gebiet von Sinope nicht mitgenommen würde. Dem ungeachtet entschieden die Griechen durch Stimme Mehrheit für die Seereise. Hierauf sagte Xenophon, die Armee hat eurem Rat gemäß gewählt, doch nur unter der Bedingung, wenn Fahrzeuge in hinreichender Anzahl vorhanden sind, dass auch nicht einer zurückbleiben darf. Sonst aber, wenn ein Teil sich einschiffen, der andere aber zurückbleiben sollte, besteigen wir kein Schiff. Denn wir sehen ein, dass wir da, wo wir der stärkere Teil sind, für Sicherheit und Unterhalt nicht besorgt sein dürfen. Da aber, wo uns der Feind überlegen ist, natürlich so gut wie Sklaven zu betrachten wären. Die Abgeordneten verlangten hierauf, man möchte Gesandte schicken. Es wurde daher Kalimachus aus Arkadien, Während dieser Zeit fiel Xenophon bei der Betrachtung der zahlreichen Menge griechischer Hopliten, Peltasten, Bogenschützen, Schleuderer und Reiter, Menschen, mit denen sich wegen ihrer Erfahrung schon was anfangen ließ, auf den seiner Meinung nach guten Gedanken, durch Anlegung einer Stadt im Pontus, wo es nicht wenig würde gekostet haben, eine solche Macht erst aufzustellen, Griechenlands Gebiet und Macht zu vergrößern. Diese Kolonie schien ihm, wenn er die Menge Griechen und die benachbarten Bewohner des Pontus in Erwägung zog, in der Folge beträchtlich werden zu können. Diese Sache wegen ließ er den Ambrachioten Silanus, dessen sich Kyros zum Zeichendeuter bedient hatte, zu sich kommen und ehe irgendjemand von der Armee seine Gedanken eröffnete, eine Opferbeschauung anstellen. Silanus aber, besorg es möchte zur Ausführung kommen und die Armee sich irgendwo niederlassen, verbreitete überall das Gerücht, Xenophon lege es darauf an, die Armee da zu behalten, eine Stadt zu erbauen und sich selbst Ruhm und Macht zu erwerben. Für seine Person nämlich wünschte Silanus sobald als möglich nach Griechenland zu kommen, denn er hatte jene 3000 Dereichen, die ihm Kyros, weil seine die zehn Tage betreffende Opferdeutung eingetroffen war, Schenkte, noch ganz vollständig aufbewahrt. Einem Teil der Soldaten schien es selbst am vorteilhaftesten dazubleiben, dem größeren aber nicht. Timasion aus Dardanum und Thorax aus Boeotien äußerten gegen einige anwesenden Kaufleute aus Heraklea und Sinope, wenn sie der Armee keinen Soll zahlten, um sich für die Abfahrt mit Lebensmitteln versorgen zu können, so würde diese zahlreiche Denn Xenophon fuhren sie fort, hat den Plan zu dessen Ausführung wie ihm behilflich sein sollen, sogleich nach Ankunft der Schiffer der Armee diese Eröffnung zu machen. Soldaten, wir sehen, dass ihr jetzt außer Standes seid, euch für die Seereise mit Lebensmitteln zu versorgen und bei der Heimkunft der Eurigen etwas mitzubringen und bei der Heimkunft den Eurigen etwas mitzubringen, wenn ihr daher in dem Umkreis des Pontus eine Landschaft die ihr nach Belieben wählen könnt einnehmen und dann jedem freistellen wollt nach Hause zu reisen oder da zu bleiben so habt ihr jetzt Schiffe umso gleich wo ihr nur wollt eine Landung zu unternehmen Die Kaufleute benachrichtigten ihre Städte hiervon und in ihrer Gesellschaft ließ der Dardania Timasion seinen Landsmann Eurymachus und den Beoziatorax mitreisen um dort eben dasselbe vorzutragen Die Bürger von Sinope und Heraklea ließen hier auf dem Timasion sagen er solle das Geld in Empfang nehmen und durch sein Ansehen das Heer zum Absegeln vermögen Mit Vergnügen nahm er diesen Auftrag an und hielt den Soldaten als sie sich versammelt hatten folgende Anrede Fernsoldaten sei von uns der Gedanke hier zu bleiben oder irgendetwas Griechenland vorzuziehen und doch höre ich dass gewisse Personen über diese Angelegenheit ohne etwas davon gegen euch zu erwähnen die Opfer zurate ziehen ich verspreche euch aber wenn ihr mit dem Neumond absegelt jedem unter euch einen Kyzyzena monatlichen sollt nach Troas werde ich euch bringen woraus ich vertrieben wurde meine Vaterstadt wird euch unterstützen denn man wird mich mit Vergnügen aufnehmen ich selbst will euch in Gegenden führen wo ihr euch ansehnlich bereichern sollt denn ich kenne Ätholien Phrygien Troas und das ganze Gebiet des Pharnabazus jenes weil es mein Geburtsland ist dieses weil ich da selbst mit Kleach und der Rizilidas zu Felde gedient habe gleich nach ihm stand der Beoziatorax auf der wegen des Oberbefehls über die Armee beständig Xenophons Gegner war und sagte wenn ihr den Pontus verlasst so steht euch der Kersones ein schönes und wohlhabendes Land offen wo jeder nach belieben dableiben oder nach Hause ziehen kann es ist ja lächerlich einen Wohnplatz im Ausland zu suchen wenn man ihn in Griechenland selbst weitläufig und äußerst fruchtbar haben kann bis ihr dort ankommt verspreche ich euch wie Timasion Löhnung dies letztere sagte er weil ihm bekannt war was die Herakleer und Sinopenser dem Timasion um die Abfahrt zu bewirken versprochen hatte Xenophon schwieg hierzu allein nun standen die Achäer Philesius und Lykon auf und sagten es sei doch arg dass Xenophon aus eigener Macht zum Dableiben überrede und diese Sache wegen die Opfer erforsche ohne der Armee davon eine Anzeige zu machen noch sich hierüber öffentlich zu erklären dadurch fand sich Xenophon genötigt aufzustehen und folgendes zu sagen Soldaten ich erforsche die Opfer wie ihr seht nach meinem Vermögen für euch und für mich um so zu reden zu denken und zu handeln wie es für euch und mich am ehrenvollsten und vorteilhaftesten ist auch jetzt erst habe ich mich doch Opfer eben darüber zu belehren Plan mit euch zu sprechen und zu unterhandeln oder ihn gar nicht erst zu berühren der Seher Silanus indessen gab mir die Antwort dass die Opfer und das ist doch die Hauptsache einen glücklichen Erfolg versprechen denn es war ihm bekannt dass ich darin auch nicht unerfahren bin da ich den Opferungen beständig beiwohne noch sagte er die Opfer anzeigen kündigten Hinterlist und Nachstellung gegen mich an das musste er nun freilich am besten wissen da er selbst damit umging mich bei euch zu verkleinern denn von ihm kommt das Gerücht her als wenn ich jenen Gedanken schon auszuführen gedächte ohne euch erst durch Gründe für ihn gewonnen zu haben allerdings würde ich wenn ich eure Lage schwierig fände es möglich zu machen suchen dass ihr euch einer Stadt bemächtigt dann könnte Freude zu machen da ich aber sehe dass die Herakleer und Sinopenser euch Schiffe schicken und einige Personen vom Neumonde an Sollt versprechen so halte ich es für sehr gut an den Ort unserer Bestimmung zu gelangen und uns die erwünschte Reise noch bezahlen zu lassen ich gebe nun jene Gedanken nicht nur selbst auf sondern kündige auch all denen die deshalb zu mir kamen und seine Ausführung für nötig hielten an dass er aufgegeben werden muss denn meine Meinung ist diese wenn ihr in zahlreicher Menge so wie jetzt beieinander seid so werdet ihr geachtet sein und den nötigen Unterhalt haben denn dem Sieger fällt auch das Eigentum des Besiegten zu trennt ihr euch aber und diese Macht teilt sich in kleine Haufen so könnt ihr euch weder Lebensmittel die Abreise nach Griechenland für notwendig und bleibt jemand zurück oder wird über dem Vorhaben uns zu verlassen ehe noch die ganze Arme in Sicherheit ist ergriffen so müssen wir ihn meiner Meinung nach wie einen Verbrecher behandeln wer so denkt wie ich hebe die Hand auf dies geschah allgemein Silanus aber erhob seine Stimme um laut zu erklären es wäre billig die Abreise jedem freizustellen die Soldaten aber ließen ihn nicht fortreden sondern drohten es an ihm zu ahnten wenn sie ihn auf der Flucht ertappten als hierauf die Heraklea vernahmen dass die Abfahrt beschlossen sei und zwar selbst auf den Antrag und die Stimmensammlung Xenophons so schickten sie zwar Schiffe allein in Rücksicht der Lösungsgelder die sie dem Timasian und Thorax versprochen hatten täuschten sie die Erwartung derselben hierüber wurden diese die den Sold schon zugesagt hatten bestürzt und da sie sich vor der Armee fürchteten so vereinigten sie sich mit den anderen Heerführern denen sie ihre vorigen Maßregeln mitgeteilt hatten zu diesen gehörten aber alle den einzigen Neo von Asine unter General des noch abwesenden Kirisophos ausgenommen und gingen zum Xenophon mit der Erklärung sie bereuten ihr Verfahren und hielten es für das Beste da man jetzt Schiffe hätte in den Phasis einzulaufen und sich des Gebiets der Phasianer zu bemächtigen Über diese aber herrschte damals des Aethes Sohn Xenophon erwiderte Ich werde hierüber der Armee keinen Antrag stellen Wollt ihr so lasst sie zusammen kommen und sagt es ihr selbst Der Dardania Timasian vor seine Hauptleute zu gewinnen suchen Sie schieden nun um dies auszuführen Kapitel 7 Die Soldaten erfuhren es wieder was man im Werke hatte und Neo sagte ihnen Xenophon habe die anderen Heerführer auf seine Seite gebracht und gehe damit um die Armee zu täuschen und sie wieder zum Phasis zu führen Die Soldaten nahmen dies sehr übel auf hielten Zusammenkünfte und traten truppenweise zusammen und es war sehr zu besorgen sie möchten eine ähnliche Tat begehen wie sie an den kolchischen Herolden und einen Marktaufsehern verübt hatten von denen alle die sich nicht aufs Meer flüchteten waren gesteinigt worden Als Xenophon dies wahrnahm beschloss er sie aufs eiligste zusammenkommen zu lassen und keine eigenmächtigen Versammlungen zu gestatten er ließ durch den Herold zur Versammlung rufen da sie den Herold vernahmen liefen sie sehr begierig zusammen jetzt sprach Xenophon ohne die Heerführer anzuklagen dass sie zu ihm gekommen waren folgendermaßen ich höre Soldaten dass jemand mir nachredet ich wolle euch betrügerischerweise zum Phasis führen bei den Göttern hört mich also und wenn ich schuldig befunden werde so müsse ich diesen Platz nicht eher verlassen bis ich gebührend bestraft worden bin sind es aber meine Verleumder welche die Schuld trifft so handelt mit ihnen nach Verdienst es ist euch doch wohl sicher bekannt wo die Sonne auf und wo sie unter geht dass der jenige der nach Griechenland kommen will gegen Abend und umgekehrt wer in die barbarischen Länder gelangen will gegen morgen zu reisen muss würde euch also wohl irgendjemand überreden können dass die Sonne da unter gehe wo sie aufgeht oder da aufgehe wo sie unter geht ferner wisst ihr doch wohl dass der Nordwind aus dem Pontus nach Griechenland Wäre es also möglich euch so zu täuschen dass ihr bei Südwinde zu Schiffe ging doch vielleicht werde ich euch einschiffen wenn wir Windstille haben wohl ich fahre doch dann nur auf einem Schiff und ihr wenigstens auf 100 wie könnte ich euch also mit Gewalt oder Täuschung bewegen mit mir zu fahren ich will aber den Fall setzen ihr kämpft von mir hintergangen und bezaubert an ein Phasis ihr stiegt auch sogar ins Land so würdet ihr doch gewahr werden dass ihr nicht in Griechenland wehrt ich euer Betrüger stände dann einzeln gegen beinahe zehntausend wehrhafte Betrogene wie könnte sich ein einziger Mann zuverlässiger Ahnung aussetzen als wenn er so gegen sich selbst und gegen euch verführe doch das ist das Geschwätz einfältiger Menschen die mir eure Hochachtung nicht gönnen wiewohl sie haben keine gerechte Veranlassung mich zu beneiden denn welchem von ihnen halte ich ab entweder zu reden wenn er einen heilsamen Rat für euch weiß oder wenn er will für euch und für sich selbst zu kämpfen oder sorgfältig für eure Sicherheit zu wachen wie betrage ich mich ferner wenn ihr eure Anführer wählt verdränge ich etwa da irgendjemanden nein ich mache ihm Platz er kann meinetwegen das Kommando übernehmen wenn er es nur zu eurem besten führt doch dies sei genug über diesen Gegenstand glaubt aber jemand von euch dass er sich entweder durch eigenen Irrtum oder durch fremde Überredung in seiner guten Meinung von mir geirrt habe der beweise dies öffentlich wenn ihr nun in diesen Rücksichten befriedigt seid so Wenn dies in der Art wie wir schon ein Beispiel haben fortgesetzt wird und sich weiter verbreitet so ist es hohe Zeit uns selbst zu beraten dass wir uns nicht vor Göttern und Menschen vor Freunden und Feinden als die schlechtesten und unwürdigsten Leute der Verachtung aussetzen Die Soldaten in gespannte Erwartung was das wäre forderten ihn auf es zu sagen Er fuhr also fort Ihr wisst doch dass es auf dem Gebirge der Barbaren einige Ortschaften gab die mit den Kerasuntian im Bündnis standen und aus denen manche Einwohner herabkamen und uns Opfervieh und andere Waren die sie hatten zum Verkauf brachten Wie mich dünkt gingen auch einige von euch in das nächste Städtchen dieser Leute kauften etwas und kamen wieder zurück Der Hauptmann Klearatus der es bemerkt hatte etwas zu sagen gegen diese Menschen aus um sie zu plündern Er hatte den Plan entworfen nach der Einnahme des Platzes nicht mehr zur Armee zurück zu kehren sondern das Fahrzeug zu besteigen worin seine Zeltkameraden gerade die Küste befuhren die etwaige Beute darauf zu packen und so aus dem Pontus hinweg zu segeln Dies war wie ich jetzt einsehe zwischen ihm und seinen Zeltgenossen in dem Fahrzeug so verabredet Er zog also so viele Mannschaft als er dazu bereden konnte zusammen und führte sie auf den Ort los Indessen überraschte ihn noch auf dem Marsch der Tag und die Einwohner warfen und schossen nun von ihren Anhöhen herab und erlegten den Kleratus und viele von den übrigen Einige aber retteten sich nach Kerasus Eben an dem Tag als dies vorfiel hatten wir uns hier hellen Marsch gesetzt von denen aber welche zu Schiffe reisten waren einige noch nicht abgesegelt sondern hielten sich noch in Kerasus auf hierauf kamen nach Aussage der Kerasuntia drei der älteren Männer aus dem Städtchen um zu uns in die Versammlung zu gehen als sie uns aber nicht mehr antrafen wendeten sie sich an die jener dass die Tat nicht Folge eines öffentlichen Auftrags sei waren sie froh und wollten uns nachsegeln um uns den Vorfall anzuzeigen und zu erklären diejenigen die sich dafür interessierten möchten die gebliebenen abholen um sie zu begraben nun waren gerade einige von den Griechen die sich durch die Flucht gerettet hatten noch in Kerasus als diese erfuhren wohin die Barbaren wollten unterfingen sie sich sie mit Steinen zu bewerfen und auch die anderen dazu aufzumuntern und so mussten diese Menschen drei Abgeordnete mit Steinen bedeckt ihr Leben einbüßen hierauf kamen die Kerasuntier zu uns und erzählten den Vorfall wir herführer waren darüber äußerst unwillig und beratschlagten mit den Kerasuntiern wie es anzufangen wäre um die gebliebenen Griechen zur Erde zu bestatten wir saßen hierbei außerhalb des Lagers auf einmal hörten wir ein vielfaches geschrei schlag zu schlag zu wirf und sogleich sahen wir eine große Menge mit Steinen in den Händen oder im Aufheben begriffen heranlaufen die Kerasuntier Augenzeugen der Tat die bei ihnen verübt worden war zogen sich aus Fucht zu ihren Schiffen zurück bei den Göttern auch einige von uns waren fragte sie um die Veranlassung dieses Auflaufs einige von ihnen wussten sie selbst nicht obwohl sie Steine in den Händen hatten als ich aber an einen kam dem sie bekannt war so sagte mir dieser die Marktaufseher behandeln die Armee äußerst unbillig in demselben Augenblick hier wurde einer gewahr dass der Marktmeister Zellach ans Meer zurück ging und schrie auf nun rannten sie ihm nach als hätte sich ein Eber oder Hirsch sehen lassen die Kerasuntia die jene auf sich zukommen sahen und glaubten es sollte ihnen gelten entflohen eilends und stürzten sich ins Meer und mit ihnen auch einige der unsrigen und wer nicht schwimmen konnte ertrank was meint ihr wohl wofür diese sich fürchteten zu leide getan hatten sie uns doch nichts sie besorgten also es möchte uns gleich den Hunden eine Art von Wut befallen haben wenn das so fort geht so gebt acht in welchen Zustand das her geraten wird Krieg anzufangen oder Frieden zu schließen wird dann nicht mehr das Werk eurer gemeinschaftlichen Beschlüsse sein sondern einer dem es einfällt wird die Armee nach eigenen Gutdünken führen wohin er will wenn die Gesamten zu uns kommen entweder um Frieden zu bitten oder in einer anderen Angelegenheit so werden Leute denen dies gerade beliebt durch die Ermordung derselben uns die Gelegenheit rauben ihre Anträge zu vernehmen ferner werden diejenigen Befehlshaber die ihr durch gemeinschaftliche Beschlüsse wählt gar kein Ansehen haben wer sich aber selbst zum Anführer bestimmt und sich einfallen lässt Schlag zu 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 rufen der wird Macht genug besitzen nach Willkür sowohl einen Befehlshaber als einen Gemeinen unter euch ohne Verhör zu töten wenn er sich nur Helfers Helfer zu verschaffen weiß wie wir eben erst gesehen haben lasst uns aber einmal sehen was diese selbst gewählten Anführer auch angerichtet haben wenn der Markt auf Seher Zellach auch Unrecht hat so ist er nun abgesegelt ohne dafür bestraft worden zu sein ist er aber unschuldig so entfloh er vom Heer aus Furcht um nicht ohne Urteil und Recht sein Leben einzubüßen Die Steiniger der Gesandten haben es nun dahin gebracht dass wir allein unter den Griechen nicht mit Sicherheit nach Kerasus gehen können außer mit bewaffneter Macht Die Gebliebenen deren Auslieferung zum Begräbnis uns von ihren Besiegern selbst vorher angeboten wurde können wir nun so viel haben sie bewirkt auch nicht einmal mehr durch einen Herold ohne Gefahr abholen denn wer wird als Herold hingehen wollen wenn er selbst Herolde erschlagen hat deshalb haben wir auch die Kerasuntia ersucht jene zu begraben ob dies alles nun so schicklich und recht ist darüber erklärt euch jetzt damit wenn dieses Betragen Sitte werden sollte jeder für sich selbst wachen und sich nach einer befestigten Anhöhe für sein Lager umsehen kann glaubt ihr aber dass diese Handlungen wilder Tiere aber nicht menschlicher Wesen sind so sucht ihnen ein Ziel zu setzen wo nicht beim Zeus wie wollen wir dann ruchloser Taten schuldig mit Frohsinn den Göttern opfern wie wollen wir mit den Feinden kämpfen wenn wir selbst einander ermorden welche friedliche Stadt wird uns aufnehmen wenn sie die Zügellosigkeit unter uns wahrnimmt wer wird mit Vertrauen uns Lebensmittel zuführen wenn wir in den Angelegenheiten des Markts öffentlich so auffallende Verbrechen begehen und was den Ruhm anbetrifft welchen Ruhm könnten wir wohl besonders erwarten wer wird uns solche Menschen wohl rühmen wir wenigstens das weiß ich würden Personen die sich so betrügen schlechte Menschen nennen nun standen alle bestraft werden niemand sollte in der Folge so zügellos verfahren und wer es sich unter Finger müsste sterben die Feldherren sollten die Schuldigen zur Verantwortung ziehen und auch gegen andere vergehen die seit Kyros Tode möchten begangen worden sein sollten gerichtlich verfahren werden das richterliche Amt übertrugen sie den Hauptleuten auch wurde auf Xenophons Anraten dem die Seher beipflichteten die Entzündigung der Armee beschlossen und ausgeführt Kapitel 8 Man beschloss ferner auch die Feldherren sollten von ihrem bisherigen Betragen Rechenschaft ablegen Es geschah und Philesius und Xantikles mussten wegen ihrer Nachlässigkeit in der Bewachung der Schiffsladungen eine Geldstrafe von 20 Minen erlegen Sofenetus wurde um 10 Minen gestraft weil er als Oberaufseher der Transportschiffe seine Pflichten vernachlässigt hatte Auch gegen Xenophon traten einige mit der Klage auf er habe sie geschlagen und übermütigerweise beschimpft Xenophon stand da auf und befall dem der zuerst gesprochen hatte den Ort zu nennen wo er geschlagen worden Da versetzte dieser wo wir in dem tiefsten Schnee vor Kälte beinahe umkamen Nun wirklich sagte Xenophon wenn ich bei solchem Wetter wie du es beschreibst wo uns der Proviant fehlte und nicht so viel Wein vorhanden war um daran riechen zu können wo viele dem Übermaß der Mühseligkeit erlagen wo uns der Feind auf dem Fuß erfolgte wenn ich da noch übermütig war so muss ich gestehen dass ich an Übermut die Schläge verlangte ich etwas von dir und schlug ich weil du es mir nicht geben wolltest oder forderte ich etwas zurück oder gerede ich mit dir einer Liebschaft wegen in Streit oder misshandelte ich dich in der Trunkenheit Als er dies alles verneinte so fragte ihn Xenophon weiter Dienst du unter den Hobliten Nein unter den Piltasten Auch nicht Ich hatte von meinen Zeltkameraden dazu bestellt ein Maultier zu treiben obwohl ich übrigens ein Freigeborener bin Nun erkannte er ihn und fragte Bist du nicht der der die Kranken fort brachte Jawohl der bin ich Du zwangst mich dazu da du die Gerätschaften meiner Kameraden zerstreut ist Nun mit dieser Zerstreuung ging es so zu Ich verteilte dies Gepäck unter andre mit dem Befehl es mir wieder zuzustellen Es wurde mir alles richtig eingeliefert und ich gab es dir wieder zurück nachdem du mir jene Menschen gezeigt hattest Lasst euch aber doch erzählen wie das alles zusammenhängt Es ist der Mühe wert Ein Mann der nicht mehr weiter marschieren konnte blieb liegen Ich kannte ihn weiter nicht Als dass er zu uns gehörte Um ihn nicht umkommen zu lassen gab ich dir den Befehl ihn fortzubringen Denn der Feind wie mich dünkt war uns im Rücken Der Mensch bejahte dies Ich hatte dich voraus geschickt fuhr Xenophon fort und als ich mit dem Nachzug vorwärts rückte traf ich dich wieder an als du eben eine Grube machtest um den Menschen zu verscharren Ich trat ihm zu und lobte dich Allein während wir noch dastanden Ich aber bringe ihn nicht weiter Darauf schlug ich dich Da hast du recht Denn du schielst es mir gewusst zu haben das erlebte Nun aber versetzte dieser War er nicht dennoch gestorben als ich ihn dir nachher zeigte Ja sterben sagte Xenophon müssen auch wir alle Soll man aber deshalb uns lebendig begraben Nun schrien alle Dieser habe noch zu wenig Schläge bekommen Xenophon forderte jetzt dass jeder andere der bestraft worden wäre den Grund davon angeben sollte und als niemand auftrat so sprach er selbst Ich leugne nicht Soldaten dass ich viele ihrer ordnungswidrigen Aufführungen wegen gezüchtigt habe Leute die es sich zwar gefallen ließen durch euch die ihr auf dem marsch geschlossen bliebt und wo es nötig war fochtet geschützt zu sein selbst aber ihre reihen verließen und vorauseilten um zu plündern um mehr beute zu machen als ihr wenn wir es alle so gemacht hätten so wäre wohl von uns kein Mann mehr am leben auch den trägen der nicht aufstehen wollte sondern sich lieber den feinden aussetzte schlug ich und zwang ihn zum fortmarsch als ich selbst einmal bei jener durchdringenden kälte während ich noch auf einige seit dieser eigenen erfahrung trieb ich jeden den ich niedersitzen und einschlafen sah zum gehen an denn bewegung und anstrengung brachte eine gewisse wärme und biegsamkeit hervor aber beim niedersitzen und ruhen verdicken sich wie ich bemerkte das blut und die zehen froren ab so ist es wie ihr selbst wisst vielen gegangen dann habe ich vielleicht auch einen anderen der irgendwo um auszuruhen stehen blieb und sowohl euch beim vortrabe als uns beim nachzuge am marschieren hinderte mit der faust geschlagen um ihn den feindlichen wurfspießen zu entziehen jetzt nachdem sie gerettet sind steht es diesen leuten frei mich zur verantwortung zu ziehen wenn ich ihnen etwas zu leide tat wären sie aber den feinden in die hände gefallen wegen welcher beleidigung und wenn sie auch noch so groß war hätten sie dann genug fordern können lasst mich reden wie es mir ums herz ist habe ich jemanden zu seinem besten gezüchtigt so halte ich mich ebenso wie eltern oder lehrer in ansehung ihrer kinder oder schüler ihm genug zu geben für verpflichtet schneiden und brennen doch die ärzte bisweilen in wohltätigen absichten haltet ihr mein damaliges verfahren rascheren sinnes bin und mehr wein trinke als damals und dennoch schlage ich keinen denn ich sehe euch in Sicherheit wenn bei einem sturm das meer hoch geht seht ihr dann nicht wie der befehlshaber auf dem fordern und der steuermann auf dem hinternteil des schiffes gegen seine leute schon eines wings wegen aufgebracht wird denn auch das geringste versehen unter solchen umständen kann alles zugrunde richten die rechtmäßigkeit der schläge aber die jenen leuten gab habt ihr damals selbst bestätigt denn nicht mit stimmtefelchen sondern mit waffen versehen standet ihr da imstande wenn es euch beliebte ihnen beizustehen aber beim zeus ihr kannt weder diesen strafbaren noch mir in ihrer bestrafung zu hilfe also bestärktet ihr die feigherzigen in ihrer Zügellosigkeit indem ihr dazu schwiegt denn dass die menschen die jetzt am meisten pochen damals die größten feiglinge waren würdet ihr glaube ich bei einiger aufmerksamkeit wohl finden so bestand damals der thessalische faustkämpfer beuskuss darauf keinen schild zu tragen weil er krank wäre und jetzt hat er wie ich höre viele kotoriten beraubt wollt ihr daher klug handeln so verfahrt mit ihm auf die entgegengesetzte aber loszulassen was aber diesen menschen betrifft so werdet ihr wohltun ihn des nachts anzubinden und am tage loszulassen übrigens aber befremdet es mich dass ihr dessen womit ich mir etwa die unzufriedenheit eines oder des anderen unter euch zu zog recht wohl gedenkt und mir nichts verschweigt dass ich aber diesen gegen Kälte schützte jenen den feinden entriss hier einem in die fälle vergessen wo ich meinen beifall äußerte wenn jemand eine rühmliche tat beging wo ich jeden braven mann nach meinen kräften zu ehren suchte und doch ist es schön gerecht tugendhaft und angenehm mehr des guten als des bösen zu gedenken jetzt standen sie auf mit der erinnerung an xenophons verdienste um sie und alles lief zu seiner Ehre ab